moin leute herzlich willkommen zum 20 componenten special heute habe ich mir was richtig tolles einfallen lassen und zwar spielen wir mal ein bisschen skywars und mal gucken skywars was habe ich eigentlich ich bin ein bisschen badwars und mal gucken wie ich so abschneide weiß nicht keine ahnung ich habe schon ein bisschen skywars gespielt badwars aber nicht so gut und viel spaß nächste runde neues glück hier seht ihr noch meinen skin also ich habe keine wirklichen arme teile gemacht sondern einfach nur alles schwarz hat ein gesicht drauf gemacht fertig ist und wie findet ihr den so ich finde eigentlich ganz nice ins kind wir spielen er show ja die map ist ganz okay als hinweis ich bin nicht der beste badwars spieler auf dem server und gelb ist schon wieder beim dingens die ja spawner sehr nice gelb ich habe ich hätte hier danke runter mit dir was ist legt einfach wisst du mich ist es legt ja nett ne ist legt einfach willst du mich eigentlich verarschen so weg mit ihm ist das träumen wir noch sein bett so kommt auch schon wieder komm gelb ich will dich doch nur bisschen auseinander nehmen selber geblockt ah jetzt kommst du okay dann komm mal her schau und gelb ist raus sehr nice jetzt wollen wir jetzt mal schärfe so genau effekt gehen wir in die mitte nähe noch nicht aber ich hoffe weiß zeit russians nicht weil das wäre echt blöd so grün ist grün kommt ich schwöre grün ja er erfahrt wird schon so als wir da gleich zu mir kommen komm runter steinschwert ja es war so klar dass ich das ding verliert ja es war klar steinschwert obwohl ich hatte wieder eisen rüstung an ich schwöre ich spiele das spiel so oft jedes mal habe ich eisen rüstung an und komplett verliest kann mir jemand sagen warum eisen rüstung in diesem game so schlecht ist ich will das wirklich wissen warum ist die eisen rüstung so schlecht ja warum ich verliere gegen eisen rüstung ist ultra ich schwöre warum jedes mal eisen rüstung versus normale rüstung und jedes mal verloren ich kapiere es nicht aber egal jetzt haben wir kein bett mehr jetzt müssen wir das halt klatschen egal aber wirklich warum ist eisen rüstung so scheiße ja wirklich ach was macht er denn ich habe es doch gesehen ja wir haben den noch geklatscht gehabt aber egal ihr könnt doch schreiben welche cosmetics ich an machen soll oder nicht weil gerade habe ich das early access cape on das ist halt nice eigentlich so und den wither effekt der geht eigentlich auch ganz gut rein so wo ist der dia spawner da ist der dia spawner 3 dias hans brand der nächste 18 sekunden ja das weiß ich nicht einfach alles in meine kiste rein shiften und dann ab in die mitte in die mitte so was macht blau da der soll mal ich hoffe blau ist jetzt ja er hat eh probleme mit gelb weil gelb darüber wird sehr gute idee ich kann immer noch nicht wünschen so wir brauchen 88 emeralds damit wir uns obsidian kaufen können das wäre ich schon vor der läuft wenn wir ob sie dann haben weil dann können die nicht mehr so einfach unser bett zerstören und die blöcke haben perfekt gereicht und niemand hat uns bisher angegriffen das ist auch sehr gut gelb kannst du jetzt mal blaues bett zerstören das würde ich sehr appreciaten ja blau ist noch einer ach so ja okay oder ist ja schon gelb man ach was macht gelb denn jetzt da er pusht komplett rüber willst du mich verarschen ich bin einfach zu lost ganz einfach man gelb ich schwöre ey was ist das denn wieder 5 er hat wieder range und ich kapiere es wieder nicht bin ich zu lost alter man man weg endlich hat er jetzt mein bett zerstört oder nicht weil dann war es von ihm richtig bescheid überhaupt hier hinzugehen ey man gelb macht wieder faxen ey ja gut dass wir es noch rechtzeitig mit dings eingebaut haben mit ja genau der chillt wahrscheinlich in seiner base so wie ich den kenne weil wo soll er sonst sein sein bett ist jetzt weg und ich renne wieder nach hause weil mein bett ist dann auch weg ne das wollen wir natürlich auch nicht dass mein bett weg ist weil das wäre auch blöd so weil jetzt leben nur noch ich und rot ja das ist gut nee ich bin ja rot brrr nee ich und pink leben nur noch ok sehr gut bam 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 nee ich hab nicht genug gold hm 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 so pink ja ich habe gewonnen was passiert ist er runtergefallen pink ja fell in the void sehr nice so am ende noch einen nicen sieg gemacht obwohl pink ja der ist einfach runtergefallen also wer so lust ist sag ich mal ja okay kann ich auch zu mir selbst sagen dass ich lust bin aber egal auf jeden fall ich hoffe ich jetzt gefallen lasst gerne like oder hat mich jetzt gerade über den sieg gefreut weil oft habe ich nicht so nice sie eben gerade dass wir gelb komplett auseinander genommen haben die ganze zeit bei unserer base war ultra nice ich hoffe jetzt gefallen lasst gern like da schreibt kommentar wie ihr den skin haltet was ihr besser machen würdet und ciao